Leute, was habe ich da gerade gemacht? Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Voll geil! Kartoffeln da unten, Spiße, das kommt gleich im Backofen. Eieieiei, ist das lecker! Was passiert hier? Du Backprofi? Was ist das? Käse, Pilze, Matarella und dann Blätterteig. Was hier? Weisskohl oder was ist das Zeug? Blumenkohl mit Käse überbacken. Was haben wir da? Da haben wir Kohlsteak oder was? Weisskohl quer geschnitten. Uiuiuiui! Lecker, lecker, lecker! So sieht mein Abendessen aus. Eieieiei! Lecker! Mit so einem Bier. Überleg dir mal! Geil, oder?